ja hallo so jetzt geht es dann endlich auf die strecke und dies geht mit daniel und sag wir sind ja von stuttgart losgefahren dann habe ich euch in dem anderen video von der zupf das elektromotorrad erzählt irgendwas muss man ja beim transfer erzählen nun jetzt kommt der hauptteil nämlich die strecke zwischen dettingen und leufen sag ich mal wir sind also von dettingen an der teck über nabern nach schopfloch gutenberg-oberlenningen wieder hoch nach grabenstetten und dann irgendwo richtung leufen umgefahren so gut unterhaltung im video dass er jetzt irgendwie schon läuft nein schaff ich nicht 17 prozent auf alles so Das war's für heute. Bochsemann, ja. Schnee, ach du Scheiße. Ich hab dich gerade eben so gefeiert. 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 Alter, was soll es? Ich möchte hier sicher herunterfahren. Wow, was für ein Gebirge hier. Ich habe mich gerade eben so gefeiert. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sind schon wieder auf dem Buchtplateau oben angekommen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, 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 wir sehen uns beim nächsten Mal.